Uttana Pada Dhanurasana ist der Bogen mit gestreckten Beinen. Raffaela, Yoga-Ausbildungsleiterin bei Yoga Vidya, zeigt wie es geht. Von der Bauchlage ausgehend beuge die Knie und fasse an die Füße. Dann fasse mit den Händen noch näher zu den Schienbeinen und dann bemühe dich die Beine immer weiter auszustrecken. Das Bemühen die Beine auszustrecken ist Uttana, eben Strecken der Beine und Dhanurasana ist eben der Bogen. Uttana, Dhanurasana, der Bogen mit so gestreckten Beinen wie möglich.